Ich finde es immer wieder lohnend, den Start eines Raumschiffes zu beobachten, lieber Dakar. Und dieser hier war für mich ganz besonders interessant. Sicher, aber diese Sache hier wird Sie noch mehr interessieren, Mr. Arkin. Was ist das? Eine fantastische Tonbandaufnahme von der letzten Geheimsitzung der Interkosmos. Ich sehe, du besserst dich. Vielen Dank, aber es war gar nicht so leicht, das Mikrofon zu montieren. Lass das Ding laufen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 warmes Bier reingegossen haben. Ganz ruhig bleiben. Wir können immer noch mit Handsteuerung landen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Viele, viele Jahre vor unserer Zeitrechnung Lebte eine ziemlich pelzige Kreatur in den Tiefen des Gesteins, unter den Gräsern der Hochebene, Jenseits des Waldes, der einst einen so erschrecklichen Eindruck auf einen uns wohlbekannten kleinen Frosch gemacht hatte. Jeden Frühling verließ dieses geheimnisvolle Wesen seine schattige Behausung im Inneren der Erde und aß den verbliebenen Schnee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020